Wow. Komm Rima bitte nochmal, wenn du es irgendwie interessiert. Nice. Ja. Teber, ich bin echt gut zufrieden. Ja, dem war kein Nitro. LOL Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Rocket League mit Domi. Hallo. LOL Alter, das fängt schon mal gut an. Hast du nicht gesagt, nach 5 Sekunden torf ich die Gegner? Hehehe. Oh Scheiße. Bisschen abballen lassen. Wollen wir mal wegmachen. Okay. Ne. No, ich hab ihn weggedreht. Treff den Ball. Oh oh. Ja, er hat ihn verpasst. Oh ja, oh mein Gott, der war richtig gut. Oh nice. Achso, okay. Ist der Rational Bomber, der macht die. Ja, halt. Ist klar? Wow. Nein. Doch. Oh, und ich treffe ihn nicht. Oh, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Den könnten wir fassen. Scheiße. Okay. Unangenehm. Oh ja. Alter. Aber cooler Song. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Komm, mach ihn. Schal. Schal. Der wäre jetzt nicht. Geil gewesen. Warum tue ihr das? Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja na 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 na. Alter. Wir hätten vielleicht doch GTA aufnehmen sollen. Da kann man wenigstens nicht so krass verlieren. Oh, ich hab den richtig kacke gewohnt. Meiner! Ja, aber der ist nicht drin. Oh, okay, da auch nicht. Fuck, fuck, ich hab vorgelegt. Oh, danke. Der hat mich weggedreht. Oh, sega. Hey, hör doch auf, ich weckste. Hallo. Nee, den machst du nicht. Hab ich doch gesagt. Ja, aber nicht gut. Ja, das war jetzt auch nicht gut, aber mach. Berühr ihn doch, sag ich doch. Ich bin einfach die ganze Zeit daneben. Ich bin wundert, dass der Junge nur 30 Punkte ist. Das wird dich aber schon heiss groß. Oh, was? Ich hab 30 Punkte? Warum? Ja, es ist voll viel für dich. Komm, jetzt berühr mal den Ball. Danke. War jetzt auch nicht wirklich schwer, aber es ist... Wow, jetzt habe ich zwei Punkte mehr. Komm, kannst du noch mal berühren? Wow. Komm, berühr mal bitte noch mal, wenn du zufrieden bist. Nice. Ja. Der war... Ich bin echt gut zufrieden. Ich hab immer kein Nitro. Ich hab mal Danke. Oh, ja. Lol. Nein! 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 Tschüss! Was? Ich hab ihn sogar noch retten wollen, aber nicht gut gerührt. Schade san. Das ist so weh, wenn der genau da steht. Ja. Und dann so richtig langsam reinrollen. Hey? Bist du nicht hingefahren, oder war bei dir auch kurz das Internet weg? Äh, ne. Ich hab gemeint, du fährst. Hä? Wieso? Ich bin noch weiter hinten. Ich bin noch im Tor. Immer der Typ, der weiter hinten ist, ist im Tor. Das ist automatische Rottelig-Regel. Kannst du ein bisschen was Sinnvolles machen. Aber danke, dass du deswegen dir wieder ein Tor fressen. Falls die es gefressen hätten. Naja, absolut deine Schuld. Hier ist nochmal was. Komm, berühr mal mit dem Ball. Berühr mal mit dem Ball. Ja, perfekt. Scheiße. Auf, Junge, mit dir zu spielen, Mann. Ah, fuck. Bist du da? Kannst was machen. Ja, fertig. Ja, rein gerührt. Und das ist da einfach wieder. Ey, können wir jetzt mal aufhören? Der fliegt wieder einfach in die falsche Richtung. Ich bin vorbeigefahren. Damals wird gestoppt. Oh, ich bin K.O. Nein! Nein! Hör auf! Ey Junge Er fällt vor, trifft den Ball nicht, trifft mich Verhindert einfach alles Schau mal Ey, als ob das Absicht wär Was Junge Du triffst den Ball nicht, ich sorg dafür Dass er reingeht Mann Junge, du bist einfach 3 gegen 1 oder? Kann man nicht so sagen Ja ich weiß Aber das ist Ja, du musst leider auch kein Tor Oh fuck Alter Ich hab zu lange kein Rocket League mehr gespielt Ah ja, würde ich auch sagen Ey Digga Also wenn du zweimal springen drückst Und dann noch nach vorne drückst Dann kannst du auch so einen Doppelsprung Ja mach ich ja auch Ja, hab dich noch nie bei dir gesehen Warum trepp mich denn? Komm Nee, den hältst du nicht auf Danke du Kleiner Ja, ich hab extra nichts gesagt, dass es nicht rauspiepsen muss Aber schau mal ey Der kleine Sack wollte den noch irgendwie verhindern Habe ich ihm noch ganz leicht lecker drüber gestreichelt Ja Jawoll Nice Das siehst du mal Das siehst du, dass ich Großchampion bin Nein bin ich nicht Ich bin Gold 3 Aber trotzdem Schön war es trotzdem Das kannst du nicht anders sagen Kann ich ja Oh ja Oh mein Gott Der Lucky Treffer Der Lucky Treffer Der Lucky Treffer Jawoll Geil Einfach Das war Glück Also for real Aber dass ich den so gut getroffen habe Ja Das war da absoluter Wahnsinn Das klappete wieder im Tor Weil ich bin vor dir Irgendwann hab ich das Gefühl Dass du nicht auf mich gehört hast Ah doch hast du Was willst du halt Du hast dich einfach nicht vor Beifern sehen Ach da bist du Okay doch Du hast auf mich gehört Nochmal rüber gelenkt Oh nice Den hat er richtig gut gehalten Respekt an den Jungen Hallo Kommt der rum Jetzt holen die mal runter Oh fuck 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 Komm Was auf ihn Oh ja Das hast du jetzt einmal wirklich gut gemacht Ich bin sehr toll Du bist einfach über die hinausgewachsen Du bist schon erwachsen und groß Nein du aber nicht Ja Komm Treff ihn doch Nein Oh ich dachte der fliegt drüber Nein Scheiß Der stimmt genau dieselben Leute Oh nein Nein Ich denke dass er mich beeindruckt Aber irgendwie Heute macht das nicht Nein der geht nicht rein Ja weil ich ihn gesalved hab Und wie ich ihn gesalved hab Hör auf Ey Er tritt mich Was Du bist Ingenie Sie muss Schau Hör auf Hör Das Resignativ Was Du bist In mich Reingefahren Ich bin in den Ball Reingefahren Nein In mich rein Und du musst dann in mich rein Schlocken Komm Nitro und volle Pulle Nein ich hab nicht genug Oh fuck Vorne gemacht Also wenn du Mitte bist Kannst du nicht mehr nehmen Schade Komm schon Nitro 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 Und rein damit Jawoll Holen wir ihn wieder auf Und machen wir dann 3-2 draus Ich hab erstmal den Jungen gehaupt genommen Dann scheiße gelandet Aber dann nochmal Richtig Lecker reingedreht AHHHHHH Komm schon Komm schon NEEIN Man bitte Oh Gott Oh nein 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 Nein! Jawoll! Jawoll! Fuck, ich hab ne Ball nicht berührt. Jetzt möchtest du das mitnehmen? Willst du sagen, kannst irgendwas... Oh ja, okay. Ist in Ordnung. Aber du bist nicht da, ne? Sorry. Nein, der geht nicht mehr. Schade. Fuck. Ja. Wenn's euch gefallen hat, lasst den Daumen da. Lasst den Abo da. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und tschau bei Tommy4Pen. Tschau. Tschau. Tschau.